ja die formen obsidian das heißt ja nicht mehr weiter hallo ich hab kein wizard gehabt eine halbe Stunde umsonst ich glaub das mag ja wirklich auch scream ist ein Lava oder was? was genau bis zur Ecke eben ging und wenn mich das da reingespielt hätte wäre ich verreckt schade weil ich da nämlich nicht mehr rausgekommen wäre schade das ist ja immer das Miese da drin wenn du es da runterläuft dann kommst du da gar nicht mehr raus boah wie viel Lava hier war da runter ist noch oh hier ist gar nichts mehr drin ich hab gleich schon Stacks zusammen oh jetzt kann ich gleich Monster klatschen jetzt ist Nacht das ist doch geil die Effizienzspitzsacke ist echt klasse naja die geht doch ruhig die ab kannst du super mit abbauen besonders weil du die Effizienz 4 auch hast ich hab ja noch so eine Effizienz 1 auf einer Goldspitzsacke und ich damit Level 1 Zauber gemacht hab ich hab gestern Effizienzzy gesagt Effizienzzy? weil ich so übermüdet war Effizienzzy hab ich gesagt ok ich kann das nicht mehr aussprechen ich kann das nicht mehr aussprechen ich kann das gar nicht mehr aussprechen gestern naja war so ein bisschen baller baller gestern naja nicht nur gestern du bist dauerhaft baller baller na genau so wie du also red ich da mal nicht raus doch nein ja 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 der kleine Fisch stinkt nach Fisch du 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 naja ja 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 nein ich glaub ich haben 233 und ne 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 neun kohle ja ja keine kohle Essenskiste kann hier rein und halt der Kartoschkis mit Kartoschkis? Kartoschkis? ich hab mal gegen Popschutz gehauen dass er nach vorne geklappt ist also meine Richtung ich wollte mich kratzen heute nja 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 soo jetzt gehts ab in die füste jetzt wird hier auch noch rumgeklatscht die Hölle 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 ne in die Hölle hab ich keinen Bock mehr heute wir gehen jetzt gleich in die kleine Hölle oh ja wir gehen oh wir gehen wir fangen gleich ab in die Hölle zu gehen fangen gleich ab in die Hölle zu gehen fangen gleich ab in die Hölle zu gehen vor allem ich hab's heute wieder echt drauf boah da ist ja noch mehr Lava runter ehrlich wenn der Lava unter ist dann aber hau aber ganz schön heftig ja ist ja normal oh ja und so oft hab ich das gar nicht dass dann noch viel zu viel Lava unter ist nicht so gott sei auf wasser laufen lassen ja mach ich auch grad immer das beste das beste best beste beste dankes gelten danke grieber so alt ist so alt die alle nicht mehr mit drei stein an ja eine zwei stein dieser zwei stelle ja hex war ja diese kauf und schon wieder in ende das kennen die jemich immer überhaupt einige wenn das auf jeden fall kennt vielleicht einfach nur bei youtube schein ging wenn ich empfinde auch auf jeden fall händermann potten sich nie über hin ich will die den kämpfen und spielen verbrennung auf den server ja hier und ja auch noch ab die feinen dinger bekloppten durch die gegend wasser sind immer mensch so ein kloß im hals doch mr claus im hals mein handy vibriert meine freundin wieder ich glaube nicht glaubst du ich glaube nicht glauben tust du alles was machen wir sonntag gar nichts und das familienessen hat sie gefreut na ja also immer familienessen immer am sonntag wenn halt ostern ist wie viel habe ich meine perlen auch voll die in der perle hier habe ich schon lange aber schon ändern ja auch schon die ender augen ja toll ist ja auch nur dieses olle blaze wird mit drauf ziehen ja das ist so spannend ja genau wie das was ich hier die ganze zeit mal geil was da denn ich bin schon immer vergleich mit dem ein ob das besser ist das reicht jetzt haben wir hier schärfe drei schärfe vier rückstoß dann nehme ich das hier noch als zusatz und jetzt habe ich schon wieder so einen scherz aber warum habe ich gestern auch gehabt weil die immer gesungen haben oder so einen scheiß weil der andere ist der joshis jetzt um die dickbrot extra wenn der ist der einlässe musik läuft aber nur nachts mit bob marley oder sowas meistens so eine gleiche es kann ich nicht dasselbe ist das alle viele monster kommen jetzt hinter mir her hot up sterb gleich und sterb viel spaß ich will zombies bau den meine mom meine mom meine mom sagt gleich essen ist fertig nee nee wir würden ja auch schon wieder ich gehe jetzt einfach ins telefon pass auf ja nee mach mal eine halbe stunde bitte halbe stunde ja okay alles klar okidoki tschüss und so bekommt man sein essen wo habe ich den zugebaut jetzt ich habe nur noch an eine ecke da noch rankommen um den letzten kopf zu setzen ich habe das lange rolle ich habe den richtigen zu gebaut ja das will ich auch nicht wirklich bewegen können also die bilder muss kein malen naja ist aber besser ne ja damit du den die einen tränke voll an den kopf werfen kannst ja musst du auch so ich nehme aber nur zwei köpfen dass ich nicht außerdem alle drei setze so schlau wie ich manchmal bin das kann passieren bei dir ja das stimmt wirklich das könnte passieren eins zwei das ist egal wie die rom an die raussetzt ne welche richtung ja das ist egal ja das wäre was wenn du die in die richtige richtung setzt ja diese spinnen ne das ist das nervigste das skelett ist gar nicht mehr so nervig wenn du so ausweichst ne aber die spinnen sind nervig wenn die beim ersten trifft haben sie dir schon gleich wieder leben abgezogen das dach hat doppelt dann muss das hier nochmal doppelt haben würde ich sagen mache ich hier nochmal schön da da haben wir hier bei hinsetzen da hinsetzen noch dann setzen wir da noch hin da 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 machen wir hier nochmal was da 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 habe ich auch nicht mehr eine rüstung habe ich noch zur not hier oben dran und ganz schnell hinsetzen lassen seitlichen übertroffen ja hab ich doch aber wenn ich das doppelt dick mach so komme ich auch nicht machen muss ich mir nicht so muss ich andere seite noch mal ein bisschen fahren die eine spitzhecke ich dann die andere zwei stücke gar nicht nur die mädchen geht es war so viel ich brauche noch dieser komische für die ganzen kranke musik dinger so f3 löschen kommen wir nicht mal für die oder hinterher nicht ganz gut für eine spitzhecke schon kaputt gegangen ich glaube es nicht ob es ja wohl ist das so schlecht bist mein ganzes höhe raus wollen also nicht mit ich brauche eine gemma lizenz jetzt kann ich ein video nicht hoch stellen jetzt nur vier stück wo wir scheiß auf dem armer server gemacht haben nachts um fünf uhr morgens bob marley angeschmissen warum macht er immer und dann mit dem heli rumgeflogen das war nur kacke dann gestern noch leute auf dem anderen server getreut mit acht leuten sind vorübergegangen irgendwie sagt komm jetzt tun wir die leute erstmal trollen wo die polizisten kam nicht in der wir uns alle kaputt gelacht nachher nur noch eines wirklich ernst dabei geblieben weißt du der wusste schon über schmunzeln aber blieb da ernst beide ich wollte eigentlich fast auch nicht aber war schon fast zu spät also spitze kann weg schauen kann weg eine glücksspitzhecke wäre jetzt noch ein erst schwäche hast du ganz schwäche trank bist du ein fröbel dann mach es gift trank wie lange geht ein gift trank mein gift trank geht 16 sekunden okay dann sofort direkt das schaden hinterher werfen ja hast du mir nicht beim letzten mal so gesagt gehabt ja aber hast du keinen schwäche trank ne hab gift trank und schaden trank egal dann musst du erst den gift und dann den direkt machen weil wenn du dann wenn du schaden machst warte mal es gibt glaube ich schaden lang genau schwäche wenn du den schwächen lang machst der ist auch gar nicht so teuer was ist denn 8 das ist egal ich hab fermentiere spinnung wenn du den machst dann ballerst du den drauf dann machst du vergiftung dann kriegt er nochmal doppelt schaden und dann nochmal hinterher direkt so viele wie du hast okay und den vergiftungstank erst nur werfen wenn der eine ungefähr abgeschätzt war wie lange geht der muss mal gucken was vergiftung ja 16 sekunden na gut dann musst du ungefähr im kopf haben so so paar sekunden schaden hab ich ein zweier trank ja den zweier brauchst du der zweier ist sowieso besser macht er mit mehr herzen kann ich eigentlich noch ein zweier schnell hinterher werfen oder wie ist das ja du kannst so viele hinterher werfen wie es geht der nimmt ja sofort schaden ist ja direkter schaden ja muss ich das aber so gucken